Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Regrowth. Ich möchte meine Chipsätze heute endlich fertig machen. Ich habe nämlich leider festgestellt, dass ich einen kleinen Fehler drin habe. Da wollen wir uns heute drum kümmern. Und aber vor allem als erstes, ich brauche weiter Stahl. Ich habe nämlich keinen Stahl mehr, den habe ich nämlich komplett verbraten. So habe ich denn noch Stahl hier. Hier, Casing, ich habe gedacht, ich hatte noch ein bisschen Stahl übrig. Da ist doch noch was. Was sagt es denn? Und da ist auch noch was. Gut. So, denn ich brauche das da. Ich brauche nach unten das da. Und ich habe Basic Logistical Transporter. Zack. Ich habe eine Kiste, ich habe den Sorter, den, wo ich vor langer Zeit mal gebaut habe. Und ich habe jetzt schon angefangen, den Boden für den nächsten Raum reinzuzimmern. Das heißt, hier kommen die einzelnen Maschinen hin. Und dahinter, diese Halle, da werden die ganzen Maschinen Fabriken hin kommen, die zum Beispiel Mechanismen braucht. Zum Beispiel, man kann ja mit dem hier jetzt auch Stahl herstellen. Wenn ich jetzt auf Recipes gehe. Man kann ja hier mit Charcoal und Iron Dust kann man ja Rough Iron herstellen. Und aus dem Rough Iron mit Kohle kann man Injured Iron herstellen. Und aus dem Injured Iron und Kohle kann man dann Steel Dust herstellen und das kann man dann brennen. Das soll zu sagen dann komplett eine Linie werden. Das heißt, ich schmeiße einfach da in eine Kiste, schmeiße ich Eisen rein und dann verarbeite das komplett und hinten kommt Stahl raus. Also so halb automatisch, automatisch. Mal gucken. So, was will ich jetzt tun? Und zwar, ich habe ja festgestellt, dass das, was ich hier vorhabe, teilweise nicht geht. So, das da ist ja alles richtig. Das Problem ist halt nur, ich darf nicht mehr als 8 Stück anschließen. Ähm, das ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4, das ist 5. Jetzt kommt hier Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8 und dann wird Schluss. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Kabel. Das heißt, ich habe ein bisschen, ich brauche ein bisschen Charged. Dann kann man weg. Wir brauchen auch. Ähm, ich brauche ein bisschen Charged. Ich brauche ein bisschen Redstone und ich brauche ein bisschen Quarz. So, nehme ich komplett mit. So, was ich nicht brauche, ist ein Magneten. Mach ich mal aus. So, und dann heißt es jetzt hier rein, hier rein und hier rein. So, ab jetzt. Gebe mir das nämlich auch irgendwo hin, ne? Dass ich jetzt, äh, Fluix Crystals brauche. Gut, dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt erst mal Cable. Das heißt, ich mache jetzt erst mal Applied. Ähm, ich, das da. Acht Stück, das ist ein bisschen wenig. Wäre, wäre, wäre ja mal ein Wunder gewesen, wenn das schon alles da wäre. Das heißt, ich renne nach oben. Brauche jetzt erst mal nur einen. Der ist ja jetzt schon etwas schneller. Wie gesagt, wenn dann die großen Fabriken kommen. Oder wenn ich den Raum dann einrichte, dann werden, dann muss ich dann versuchen, so viele zu machen, wie es geht. Also Upgrades. So, okay. Dann habe ich das. Äh, dann brauche ich... Das, das heißt, ich habe jetzt zwölf. Dann heißt es, ich brauche jetzt bitte Wolle. Brauche ich das. Dann brauche ich jetzt bitte... Davon ein paar. Denn ich muss ja... Eins, zwei... Drei... Ah, müsste sogar reichen. Vier. Vier. Genau. Vrei. Ne. Ich bin... Ich bin zu frei. Ich mache noch einen. Wie gesagt, jetzt an die Sachen heranzukommen. Ist das nicht mehr so... Extrem wie früher. Oh, das heißt jetzt, dann haben wir Linie 1, Linie 2, Linie 3. Oh. Den hätte ich doch nicht gebraucht. Mist. Ah, weil der muss ja weg. Ah, dann heißt es... Du da. Kommst hierhin. Mit... Dem da. Und du da. Kommst... Hierhin. Mit... Dem da. Ah, das heißt, das... Da muss es weg. Das heißt, ich baue jetzt noch Import Bus. Zwei Stück. Ah, schauen wir mal, ob wir Import Bus überhaupt herstellen können. No, machen wir mal zwei. Das heißt, ich brauche den Blödenmann da. Das heißt, ich brauche erstmal Quarz. Das heißt, ich muss schnell nach oben. Und Fluix muss ich auch gleich mitnehmen. Aber dann nehme ich, äh... 16 Stück mit. So, dann heißt es jetzt, ich brauche... Ähm... Ah, genau. Ähm... Ich brauche, ich brauche, ich brauche dich. Vielen Dank. Und weg. Ja. Dann haben wir hier noch ein... Bisschen davon. Oh, jetzt warte ich noch, bis zwei fertig sind. Dann... Können wir loslegen. Dass ich noch... Tipps jetzt hier unten habe. Ne, hatte ich ja nicht mehr. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Äh... Zweit gerannt. So, und das. Denn ich brauche für den Chipsatz das hier. Ist drin. Ich brauche für den Chipsatz... Das hier. Und... Das hier. Das da und das da. Hallo? Geht ihn jetzt schon wieder nicht. Angeschlossen. Ne, der ist nicht angeschlossen. Ähm... Jetzt ist es angeschlossen. Gut. Darf nicht vergessen. Import und Export Bus... Geben keinen Strom ab. Gut. Das heißt, jetzt brauche ich bitte... Da da. So, das sind zwei Stück. Und Import Bus... Auch zwei Stück. Und... So einfach geht das. Und dann habe ich hier meine gelben Kabel. Und jetzt sind... Eins, zwei, drei, vier... Oh. Ah, es sind die vier angeschlossen an dem. Genau. Die sind jetzt an dem angeschlossen. Richtig. So. Okay. Das heißt, da sind sechs, da sind es vier. Da wird es langsam voller. So, und dann haben wir jetzt den hier. Habe ich denn noch irgendwo ein grünes Kabel rumfliegen? Leider nein. Leider nein. Beziehungsweise doch. Beziehungsweise... Ich muss jetzt den Scheiß sowieso hier komplett umbauen. Wie ich das jetzt aufbaue, weiß ich noch nicht. Ich will eine Kiste einstecken. Die baue ich da zwar am Schluss, aber... Dann nervt es nicht so. So, dann habe ich schon mal alles da drin, was jetzt ein AE-System ist. Gut. So. Das ME-Interface. Ich brauche es solo... Hier. Und zwar, ich brauche drei Eingänge, einen Ausgang. Also vier Seiten. Das heißt aber auch... Dass diese Wand zu nah dran ist, dass ich das machen könnte. Dann haue ich das jetzt mal so weg. Okay. Ich bräuchte einen... Moment. Das könnte ich ja sogar mit gelb machen, weil ich bräuchte... Ja, ist egal. Nee, dann kann ich das viel näher dran machen. Das ist dann doch nicht egal. So. Heißt aber für mich, ich muss es nochmal schnell anschließen. Denn ich brauche nochmal... einen kompletten Satz. Und zwar... ein Silikon... Einmal Gold. Und... einen Chipsatz. Klack, klack, klack. Danke schön. So, das heißt jetzt aber, ich brauche dich. Mal schnell rausschmeißen. Danke. Es kann jetzt aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Werden wir jetzt aber gleich sehen. Ähm... Und zwar... Ich bräuchte... Bitte nochmal... Pisten... Port, ja. Ich bräuchte nochmal den da, bitte. Mann, jetzt habe ich keinen Pisten. Überhaupt keinen Pisten mehr. Ich hoffe, dass das passt. So. Das heißt, der kommt da hin. Selbe Kabel. Gut ist... Okay. So. Und jetzt heißt es aber für mich... Ich hole mal noch eine Kiste. Ich lasse die nochmal hinten stehen erstmal. Ich habe ja ein paar. Die Kiste kommt... Hier hin? Äh... Nee. Nicht. Die Kiste kommt... Hier hin. So. Und dann kommst du... Daneben. Dann kommen die da... Jetzt... Ähm... Da rein. So. Und jetzt muss ich mal gucken. Und zwar... Jetzt sage ich zu dir... Du sollst mir bitte produzieren... Einen... Chipsatz. Müsste doch noch alles da gehabt haben. Das habe ich da. Was habe ich da? Chipsatz habe ich da. Warum machst du es nicht? Oder versuchst du das gerade irgendwo am Arsch der Welt hinzulegen? Er hat es mir nicht in die Kiste gepackt. Denn eigentlich sollte es denn jetzt so sein, dass ich zu ihm sage... Das heißt, ich brauche das da. Klack. 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 Und... Klack. Mist. Ich habe jetzt zwei davon. Da. Da ist das. Da kann ich trennen. So. Okay. Aber er muss es natürlich erst mal abliefern. Wenn er es nicht abliefert, ist es natürlich... Schön. Warum machst du das gerade nicht? Ähm... Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich kann ja die auch mit dem da abbauen. So. Dann heißt es nämlich jetzt... Dann kommst du da... Kommst... Hier hin. Mit dem, dem und dem. Dann kommst du da... Runter? Na, kann ich die Kiste nicht mehr aufmachen. Mal daneben. So. Dann kommst du da... Drunter. Dann heißt du da... Kommst... Hier hin. So weit, so gut. So. Probieren wir es nochmal. Okay. Er hat ihn abgebrochen. Okay. Sie sind weg. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt mein Tool. Das ist hier. Brauche ich jetzt STRG-P, bis ich bei Item bin. Näh. Okay. Ja, und dann heißt es jetzt... Du bist dunkelblau. Und du bist grün. Und du bist... Und du bist... Ähm... Aqua. So. Dann nehme ich das da wieder raus. So. Dann heißt es nämlich jetzt... Ähm... Um den Chips das zu machen. Brauche ich... Äh... Erstmal meine drei Items. Usage unten. So. New Filter. Ähm... Material. Ähm... New Filter, Items Stack und Save. Dark Aqua unten. So, dann gehen wir hin und sagen, New Filter, Items Stack, Duster, auf, Dark Green, Save. Und New Filter, Items Stack, Duster, auf, Save. So, jetzt schmeiße ich das Zeug mal rein. Ähm, ah, okay. Ne, jetzt habe ich zu wenig Gabel. Ne, ne. Okay, dann heißt es, ich brauche nochmal Mechanical Pipe. Ähm, das heißt, ich brauche Steel. Und ich brauche dieses komische andere Ding. Was da? Ah, weil er sonst die Farben nicht mag. Bäh? Okay. So. Ah, ich kann das. Also das kann ich nicht trennen. Und der hat es natürlich jetzt wieder zurückgeschmissen. Der Knaller. Oh. Gucken, das war der da. So, nochmal in die Kiste, bitte. Geht rein. Ah. Ah, der hat keinen Stromanschluss. Wie soll ich denn das bitte jetzt machen? Ja, ich bin gerade, äh, fasziniert davon. Ähm. Ähm. Gabel. Gabel. Kannst du dem Strom geben? Na, wer sagt's denn? Klapp. Und ist raus. So, sehr schön. Dann schauen wir mal. Hab ich denn noch? Ah, das habe ich jetzt da. Ah, ich habe diese, ich habe zwar Gold-Tubes da. Diese Chipsetze da. Aber, den Rest nicht. Also die zwei, äh, vollautomatisieren kann ich vergessen. Aber, ich kann jetzt mal probieren, den goldenen komplett zu machen. Das war eigentlich Sache, du sollst bitte mir einen produzieren. Start. Laufen wir mal rüber. So, ich sehe, dass da einer ist. Plopp. Durchgehauen. Plack. Wird. Durchgehauen. Raus. Perfekt. Also, jetzt haben wir unser System, das auch, äh, so läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob der das auch könnte. So, aber ich schliebe, lieber lieber in die Kiste. Vor allem, es müssen drei Sachen, naja, dann rein. Denn, wie man ja weiß, ähm, das da ändert sich ja bei allen dreien. Und dann habe ich schon mal, äh, jetzt meine komplette Automation von den Circuits fertig. Ähm, das wird jetzt aber dann heißen. Ähm, ich muss dann als nächstes aber auch die, den Laserraum anschließen. Der Laserraum. Ähm, da muss ich noch was ändern. Das heißt, äh, das da und das da. Das da muss auch weg. Freude. An die Kiste. Ähm. Danke. So, das heißt, das da muss auch noch weg. Beziehungsweise nicht ganz, weil der kommt jetzt dann dahin. Der kommt, ups, ähm, der kommt weg. Der muss da hin. Und der kommt weg. Der muss da hin. Der muss auch weg. Dann muss hier dann drüben ein zweiter Assembly Table hin. Das heißt, äh, der macht dann, ähm, alle Chipsätze. Und der andere macht dann zum Beispiel Redstone Chipsätze. Plus das, was er nicht machen kann. Weil doppelt und so. Muss ich nur aufpassen, dass ich dann nicht runtersegel. Ähm, das heißt aber, ich kann die Kiste nehmen. Mal anschließen. Schaut auch schon mal ganz gut aus. Jeppa. So, dann heißt es, das wird auch unsere, äh, das wird auch eine der nächsten arbeiten. Das haben wir ja schon mal durchgejagt. Dann, äh, nehme ich das mal mit. Ja, und was wir jetzt dann auch beim, noch machen müssen. Ist dann vor allem, ähm, diese Maschine, die wo hier steht. Die muss voll automatisiert werden. Ähm, das heißt, Rezept reingestellt. Und der Rest kommt einfach so rein. Also, das heißt, ähm, das Redstone, das Gold wird angeliefert, wenn ich bestelle. Und der Rest wird dann, sozusagen, das wird auf jeden Fall auch noch interessant. Und das ist aber das, was dann zum Beispiel alles hier reinkommen muss. Ähm, der Carpenter muss automatisiert werden, damit ich diese blöden Chipsätze bekomme. Man kann es so sagen, das wird die Vorproduktionshalle. Und, äh, da hinten wird dann die Automationshalle. Auf jeden Fall wird es auch sehr interessant, wie ich ja dem Kabel, weil da brauche ich wieder mal Tonnen. Und da muss ich mit einem großen Dense-Cable, äh, entlang rattern. Das heißt, äh, ich brauche Flux, Flux, Flux. Und ich brauche Storage-Busses. Ähm. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Denn, Leute, ist die Zeit schon wieder um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao.